Auf meinem Lebensweg habe ich mich oft gefragt, wo ist Gott, wer ist Gott und ist das Verständnis, was über Gott gelehrt ist, eigentlich das Richtige? Ist Gott im Himmel zu finden? Sitzt er irgendwie auf so einem Stuhl und wacht über uns und lernt die Geschichte dieser Welt oder was tut er denn? Ist Gott ein Teil von dem, was ich hier sehe in meiner Umwelt oder ist Gott etwa in der hektischen Großstadt zu finden? Wie kann er all diese Menschen, die hier leben, jeden Einzelnen von ihnen lieben? Wie kann er, ist der Glauben eher ein Gefängnis, aus dem wir nicht ausbrechen können? Wo ist dieser Gott? Das habe ich mich oft gefragt und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich für mich selbst Glauben definiert habe im Laufe meines Lebens. Und im Laufe einfach meiner Menschwerdung hier auf der Erde und ich würde mich freuen, wenn euch das Video bis zum Schluss anschaut. Und natürlich sind alle Dinge, die ich sage, auf meinen persönlichen Erfahrungen beruhend und sind keine allgemeingültig. Was ist Glauben für mich persönlich? Also, ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, wie ich das in diesem Video ausdrücken soll und ich sage es einfach so, wie es aus meinem Herzen kommt. Für mich ist Glauben etwas, das nicht in einer Kirche zu finden ist. Für mich ist Glauben auch nicht etwas, das in einem Buch zu finden ist. Ich kann mich nicht als regelmäßigen Kirchgänger bezeichnen, weil mein Gottverständnis ein bisschen anders ist als das, was in der Kirche gepredigt wird. Und das möchte ich gerne jetzt dir in diesem Video einfach erklären. Du bist also Gott für mich. Gott ist für mich in mir drin. Und Gott ist für mich in allem, was lebt und was nicht lebt. Das heißt in dir, in jedem Baum, in jedem Strauch, in jedem Grashalm, in jedem Stein. Für mich gibt es keine Trennung zwischen mir und Gott und zwischen mir und der Welt. Ich habe einfach erfahren, dass ich nicht nur mit den Menschen verbunden bin, die mir nahe stehen, sondern mit jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und was dieses Glaubensbild von mir, wie ich Gott erfahren habe in meinem Leben, auch unterstützt, ist einfach mein Grundsatz, dass ich weiß, ich bin der Schaffer meiner eigenen Welt. Ich glaube daran, dass jeder von uns ein göttliches Wesen ist. Das bedeutet für mich, dass jeder die Verantwortung trägt, wie sein Leben verläuft. Und dass jeder Mensch von uns mit seinen Gedanken, die er denkt, seine eigene Welt erschaffen kann. Und ich sehe kein Geschöpf als höher oder niedriger an. Ich glaube, dass wir alle auf derselben Ebene sind und dass jedes Lebewesen und jeder Mensch die gleiche Behandlung verdient hat. Und dass es zuallererst wichtig ist, das, was Jesus auch gesagt hat, zu leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das wird sehr oft vergessen, auch in den Predigten in der Kirche. Liebe deinen Nächsten heißt es, aber es wird nie gesagt, liebe dich zuerst selbst. Schau erst, dass du mit dir selbst im Reinen bist. Dass du in die Selbstliebe gehst. Dass du das Leben lebst, das du wirklich verdient hast. Und wie oft wir uns selbst nicht lieben, das wird uns erst bewusst, wenn wir uns unsere Gedanken über unsere Welt und über unser Selbst bewusst werden. Und sehr oft versteckt man uns in negative Gedanken und tadeln uns so oft selbst und gehen in diesen Selbsthass rein, dass die guten Gedanken, die guten Dinge in unserem Leben verschwinden. Und für mich ist der Gedanke, also das Gebet, der Anfang von dem Erschaffen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Prinzipiell ist es einfach so, dass ich einfach Gott in allem sehe, was ist. Und auch die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich nicht getrennt sehe von anderen, dass ich ein ganz anderes Gespür für die Menschen bekomme. Und auch ein anderes Verständnis für ihre Lage und für ihre Situation. Und als ich begonnen habe, mich selbst zu lieben, habe ich auch begonnen, Gott in allem mehr wahrzunehmen, was in meiner Welt um mich herum ist einfach. Und ich bin dann auch in diese Dankbarkeit reingekommen, weil ich auch gesehen habe, wie er wirkt. Und ich habe mich natürlich auch oft gefragt, warum greift Gott jetzt nicht ein in die Kriege und in die Krankheiten und warum musste meine Mutter sterben und warum bin ich in dieser Scheißsituation jetzt. Und da war ich einfach noch in dieser Opferrolle. Und wahrer Glauben bedeutet für mich, zu erkennen, dass ich ein Schöpfer bin und dass Gott in mir ist und dass ich ganz aktiv mich für die Opferrolle entschieden habe. Und ich mich auch ganz bewusst entscheiden kann, ich bin kein Opfer meiner Umstände. Jesus hat das für mich so ein bisschen vorgelebt. Und er hat das getan, was er konnte, um seine Welt aktiv zu verändern. Und dieses Beispiel habe ich mir einfach zu Herzen genommen und habe mich dann halt mit dem für mich wahren Kern aus der Bibel halt beschäftigt. Und für mich spricht Gott nicht nur durch die Bibel, sondern in jedem einzelnen Buch, das mir über den Weg gelaufen ist, spricht Gott zu mir und bringt mir Weisheit für meine momentane Lebenssituation. Und ich bin einfach der Meinung, dass die beste Kirche der Umgang mit anderen Menschen, mit Tieren und mit Wesenheiten ist, mit der Natur ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist zu verstehen, aber so geht es mir. Ich fühle mich in der Natur einfach wohler als in jeder Kirche. Und ich lerne im Umgang mit Menschen viel mehr über Gott und in Gesprächen, auch mit Menschen, die jetzt nicht mehr den Glauben teilen, als in jeder Kirche, wenn jemand Oma für Herkanzel sitzt und mir irgendwas erzählt. Ich glaube auf jeden Fall an Jesus Christus, weil er ein Riesenvorbild von mir ist. Weil ich auch einfach gesehen habe, was sein Wesen mit ganz vielen Menschen gemacht hat, die an ihn glauben. Meine Wahrheit ist nicht der Anspruch auf meine Wahrheit oder auf die Wahrheit der Welt. Es ist so, wie ich die Welt verschriebe. Und ich hoffe, ich habe es ein bisschen gut rübergebracht, wie ich es meine. Es wird auf jeden Fall weitere Videos zum Thema Glauben geben. Und ich wünsche euch eine Möchte. Gott ist für mich in allem, was lebt und nicht lebt, in jedem Geschöpf, das mir begeht. Ich bin ein aktiver Gestalter meiner Welt. Ich entscheide, ob mein Leben bunt ist oder grau. Da ich ein Erschaffer bin, entscheide ich mich auch selbst für die Farben des Lebens, die ich sehen will. Ich vermute, dass sich mein Verständnis von Gott immer im Laufe meines Lebens verändern wird. Aber ich lade dich ein, einfach selbst Erfahrungen zu machen. Und einfach selbst dir Gedanken darüber zu machen, ob du Erfahrungen mit Jesus hast und mit dem Glauben. Oder ob du überhaupt gar nichts damit anfangen kannst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bye, bye.